Hallo und Moin Moin. Ja, ich führe meinen Fallout 76 Solo V2 weiter, aber als Video. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ah, da ist so ein Toter. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Bunker. Moment, wo kommen wir denn hin, wenn wir hier weitergehen? Wir kommen zum Kapitol. Wir könnten noch ein Stück hier so rumlaufen, aber da kommen wir auch wieder. Wir haben das noch nicht erobert hier, äh, angeschaut, meine ich. Wir sollten das nochmal machen. Wir gehen mal über den See und schauen uns mal das Gebäude da drüben an. Genau, das machen wir. Ups, äh, naja, war nicht so tief. Ey! Willst du mich hauen? Röse ich dich hier in der Luft auf. Kurz eine Planke behalten. Äh, war das schon immer so? Ich glaube, ja, ich muss da hoch, ne? Moment, ich muss da... Achso, ja doch, das geht von hier unten. Keiner da oben. Ah, da unten. Ja, die sehen dich nicht, deswegen lautst du im Voraum. Hä? Jetzt scheinen sie mich entdeckt zu haben. Bein auf, bein auf. Hä? Ey, der ist tot. Gott sei Dank. Hey, ist der Feind, der sich alle runterkommt. Und noch einer dazu bekommt. Na, klasse, dann bräuch ich mich hoch. Hä? Moment, ich muss nur nachschauen. Der kommt auch runter. Ich weiß, da ist da was drin oder so. Ah, scheiße, Grundhautdinge. Au, scheiße, das hört mich fast irgendwo an. Puh, das habe ich so spät gesehen. Ja, man darf nicht so neugierig sein. Oder man muss zumindest gucken, was man macht. So, wo steht die Idee, die jetzt runtergefallen sind. Warte, warte, da ist doch auch noch was Schönes. Geh die ab, Buttercup. Das ist immer gut. Ich geh mal, ich versuch mal nach Schweizen zu kommen. Ich glaube, das ist doch keine, gar nicht so verkehrte Idee. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hoch. Warte mal, hier irgendwo konnten wir doch hier hoch, oder nicht? Ist das geändert worden? Warte mal. Das verstehe ich nicht, das muss geändert worden sein. Hier waren doch immer Boote. Hier kann keiner mehr hoch. Okay. Ach, da sind die. Auf der falschen Seite. Hops, oh, ich hänge da dazwischen. Moment. Ja. Bisschen was trinken. 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 Hey. Trinken. Ich habe nichts mehr. Moment. Kann ich wieder nichts sehen. Das ist doof gemacht. Man nimmt Kameli und Dings, das sieht man nichts. Und man trifft vor allen Dingen. Ich könnte ja noch mal Apfel essen. So. Dann habe ich noch Hundefutter in die Dose. Und Wasser. Ah, ich habe aufbereitetes. Ja, das ist gut. Okay. Dann müssen wir halt das gute Wasser nehmen. ähm, F, 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 F. Das ist jetzt Hundefutter, das ist Wasser. Das ist aber falschrum zugeordnet. Ich muss das Wasser hier haben. Da. Und ich brauche andere Sachen zu essen. Feuerhutsuppe. Hütterkeule. Ganz schön viel verdorbenes Fleisch, weil ich das immer nicht esse. Im Grunde ist es egal. Ich brauche das eigentlich auch geröstet. Ja, dann nehmen wir das da hin. Im Grunde brauche ich eh nur das Hundefutter. Ups. Was haben wir denn da? Scheiß gehört uns. Ha, was für ein Einblick. Da überflucht man ja den Scheiß und kriegt für unsere Mühe sogar ein paar kostenlose Boote. Na, Responder wird in Appellach jetzt das sagen. Ha? Tee. Blöd muss man eigentlich sein. So, mal gucken, ob das wir hier und dann hier. Tö, 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 tö. Moment, hier ist ein Klo. Ich hab's doch geordnet. Hehe. Was? Da geh ich auch noch mal kurz. Achso, ich muss sowieso da rüber. Fällt mir gerade auf. Kann ich stehen nochmal schnell. Der hat ja nichts. Hops. Entschuldigung, wenn ich da am Kopf getreten bin. Verflucht. Mit diesem Wachtens hab ich echt die Arschkorde gezogen. Dieser Ort ist mir total unheimlich. Klar, es fasst das ganze Wasser weg. Aber es ändert nichts daran, dass wir vorhin in ein zu langer Zeit die gesamte Stadt überschwemmt haben. Sinti hat immer gesagt, dass jeder Mord einen Geist hervorbringt, der dich verfolgt. Ein paar Geister. Oder auch ein Dutzend. Meinetwegen war so viele. Das ist einfach nicht richtig. Hey, bist du blind? Was hab ich im Auge ausgeschossen? Hat sie nur noch nicht gemerkt. Hier muss man wieder höllisch aufpassen. Sonst geht hier alles in die Luft. Da mein fackelt ich selbst. Hab das... Moment, ich geh mal lieber hier rum. Oh, was haben wir denn da? Rat X haben wir noch gefunden. Ob's, hier ist auch wieder so viel von dem Zeug. Ups. Oh, sag ich doch. Das muss wehtun. Ich glaub, jetzt muss ich sowieso stehen bleiben. Wir sind doch auf dem Weg nach Scharzen, oder nicht? Oh, wir sind... Ja, wir müssen irgendwie rechts rum. Warte mal, hier muss eine Straße sein. Geht hier eine Straße ab, oder? Du hast eine Straße. Nehmen wir doch die so lange. Hä? Hä? Was ist das? Das ist eine Gasse. Privatanwesen. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, rechts rum. Habe ich denn 255. Wenn ich noch etwas trinke... Vielleicht noch ein bisschen stärker und Ausdauer könnte ich noch... Ja, ich will mal die Suppe aufessen. Die wird vergammelt und so her noch. So, dann haben wir drei... Das könnte klappen mit mir gekriegen, der Tisch. Genau. So, weiter geht's. Bitte, bin ich richtig oder bin ich falsch? Ich glaube, ich bin richtig. Jawohl. Einmal nach Scharzen. Einfach nur so. Weil es in der Nähe ist. Moment. Ich geh nicht auf. Ich glaube, da hinten ist sie schon. Eigentlich ein kleiner, gemütlicher Ort, oder? Was ist das? Ich will das. 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 Oh, Rammage. sie war aus der hüfte eine brandbässe hat sich schon los aus dem nachthimmel auf uns geschützt wir konnten gerade noch entkommen aber jetzt leiden wir alle an dieser krankheit ich habe nicht nachgedacht ich bin einfach losgerannt ich lasse mich von niemandem in käfig stecken mit nadel mal trittieren ich werde dieses verdammte brandvirus besiegt jemand muss ja der erste sein wenn es gelingt oder sich noch einer gedanken gemacht naja ich weiß dass ich überladen bin wo ist denn der andere ich lasse doch hier nichts liegen wenn ich kurz vor dem ziel bin wäre ich da blöd wenn ich das machen hätte dahinten ist doch schon die brandwache feuerwache nur noch ein paar meter superkleber ist immer gut so das ist ja da ist auf jeden fall ein protectron roboter scheinen anwesend gehe mal vorne rein in der wald hat die furcht fruchtbare saison begonnen habe ich gelesen ich kann nicht laufen deswegen stehe ich hier rum bringt auch nichts wenn ich jetzt noch so ein ding sein schmeiße sind jetzt nämlich star hier ist kein roboter so ein schönes findet das war's soweit was ist hier eigentlich blei gäbe es ja nicht voll mit blei hey dich hat die handel erschlagen oder das ist ja richtig cool und haben wir noch mehr blei da ist noch ein stück von der handel oh das ist klasse da hatte ich noch eine super was haben wir da eine kurze anführung in dem hinsichtal ne das brauche ich nicht mehr bin schon durch wieder ganz krumm da komme ich nicht durch ist da noch was drin jo warte mal wie komme ich denn zum da komme ich zum ding wo ist denn die werkpunkte das kann man doch nicht stehen lassen hier durch jippie wir haben es geschafft wir sind in der feuerwache auf reiter schläger körperteile wort wir werden trotzdem alles zu liegen ich finde mir noch ein paar schrauben sind hier noch ein paar schrauben irgendwo ein bisschen korbel hast du noch schrauben nee keine schrauben schade hier vielleicht doch irgendwer rum ich glaube das ist oben auf dem klo ich werde mal ein bisschen guten tag sagen hier tschuldige hab die pantolon gestört was aber du gehst hier nicht her das ist unser gebiet das geht nicht So, jetzt können wir wieder normal laufen. Mensch, da ist auch noch was. Super, super. So, dann zerlege ich das mal. Das ist nämlich fünf Blei. Das sind zehn Blei. Fünf Blei, das ist immer Blei. Und das ist gar nicht schlecht, weil man so für Blei bekommen kann, wie möglich. Munition, wir brauchen Munition. Ich werde die erst mal zerlegen. Das ist bei mir nicht. Hatte auch einen, das hat dummerweise zerlegt. So, der Handspanner ist auch überflüssig. Der kommt jetzt weg. Genau, so. Warte mal, ich habe da auch ein Kampfgewehr. Ja, nee, ich habe einen Unterdings oder Unterhebel. So. Wie sieht es denn aus mit der Waffe? Müssen wir die reparieren? Die ist noch brauchbar. Die soll ich mal reparieren. Kristalle fehlen. Moment nochmal. Nein, 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 nein. Abbrechen. Nein, was ist denn jetzt? Ich werde das reparieren. Wie soll es das reparieren? Mensch, ich will jetzt was wissen, was das war. Ach, das ist ja doof. Das will ich nicht. Ja, okay. Was wird da eigentlich geschossen? Das ist doch... Äh, Moment. Neuner, ein Achtzehner und ein Einundzwanziger. Okay. Ich gehe mal nach oben. Ich gucke nochmal. Eine Truhe war hier nicht. Genau. Oh. Diese Sachen können wir brauchen. Was war das gerade? Selbstgemacht. Das war es bitte. Äh, gut, lass mich doch mal aufstehen, bitte. Ich will gucken, was war das mit dem Selbstgemacht? Ich habe was Selbstgemachtes. Hier ist nicht Selbstgemachtes. Ja, wir bräuchten, wir bräuchten... Moment, wir können hier vielleicht nochmal was verkaufen. So, was hast du? Du kannst die Kronoten haben. Du kannst die Dings haben. Die Minen kannst du auch alle haben. Dann habe ich noch ein dickes Bein für dich und einen Schutzhelm. Blutpaket, Bögen. Buff Out behalte ich. Die Rote kommt weg. Weg, weg. Die Mutterbären behalten wir. Die nehmen wir mit nach Hause. Guck mal, die Pflanzen. Stim-Pack super, verkaufe ich. Derbeere verkaufe ich. Okay, ich schmeiß mal auch die Zuckerzeugs raus hier. Keine Worte, ich brauche so viel Zucker. So, hol das. Schrott, wie sieht's da aus? Das behalten wir alles. Ach, das wollte ich da wegwerfen. Wer ist unser? Sie erledigen die Verbrannten. Einen nach dem anderen. Selbstgefertigtes Gewehr. Verbrannten. Ja, und das lesen könnte man cool, ne? Und Brandenklamot. Wir sind wie füreinander geschaffen. Oh, wer hat denn das stehen lassen? Dankeschön. Wer auch immer das war. Na, keine Aufgabe für mich. Na, keine Aufgabe für mich? Gut, wir machen Schluss. Wir werden jetzt von hier aus kurz nach Hause gehen. Unser Zuhause ist hier oben. Äh, war da oben? Ne, haben wir nicht mehr da oben. Haben wir da unten? Ja, und ich sag danke und tschüss. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.